Hey, 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 endlich kriegt ihr wieder eine Antwort von mir. Bart war Jackal, hat mich zu seinem Sidekick gemacht. Dem Vertrauen wollte ich gerecht werden. Runde war geil, okay. Heute im Stream, 19 Uhr, guckt ihr bitte vorbei. Wir spielen Mario Kart, danach geht es auf den Rastplatz. Würde mich freuen, wenn ich euch sehe. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh, lecker Schmecker, endlich wieder eine Anmod. Schreibt doch mal gerne einen Kommentar, abonniert den Kanal. Viel Spaß beim Video. Tschüss. Da ist die ganzen Runden nur in der Mitte im Vent. Ich habe nichts gesehen. Warte, bin ich da nicht bei dir reingesprungen? Ja, ja, auch einmal. Da war sie ja voll. Ich hätte, glaube ich, echt... Ich habe ja gesagt, Parzidalu und... Parzidalu und Kippie. Ich hätte auf alle drei schießen können, aber ich habe niemanden gefunden. Widerlich. Widerlich. Ich hätte es nicht über die Scheibe stehen können. Okay, Dalujev. Sarkurien, Temorus sind hier. Bim Haso Es ist nicht Tim Horus Es ist Bim Haso Moment, das ist ja gar nicht Baso Es ist Bim Haso Ey, und ich hab eben noch gesagt Ich merke mir, wer bei mir ist Ich weiß, wer mich witcht Du siehst doch das im Hohen Bim Haso Entweder Jeff oder Baso Würde ich nie antun dir, Sakuri Nein Wirklich nicht Wir waren heute schon mal Lover, als würde ich das tun Der witcht dann eigentlich mal Sakuri Das ist ja richtig Aber Moment, Sakuri Du und ich standen doch an Camps, oder? Nein Wer war das denn? Ich war das Wer war nochmal bei dir, Sakuri? Aber das ist gut zu wissen, dass du gerade in Camps warst, als Licht aus war Weil du bist eine sehr gute Witch und schaffst das immer, wenn Licht aus ist Nein, weil ich wollte dir auch gerade sagen, dass ich dachte, du und ich standen an Camps Und dann, weil ich dachte, du hast mich nicht mit aufgezählt Ich hätte theoretisch auch sein können Also die, die wirklich die Chance hatten, waren Jeff und Baso Wo haben wir uns nochmal gecrasst, Sakuri? Oben, wir standen da an der Cable-Task Das hat Witchen für eine Cooldown Ne, das war die Mundo-Task, oder? Super lange 40 Sekunden oder so Wahnsinn Ich hab dich da gar nicht gesehen, Sakuri Kann die Witch denn am runden Start schon witchen? Ja Also hat das auch so ein kurzes Jahrhundert Ja, genau Ja, dann Jeff oder Baso halt, ne? Ich schwöre, ich bin... Kann der... Kann der... Bist du sicher, beim Licht aus oder so? Der Nice-Kiss ist ja jetzt mal auf Jeff... Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob Baso wahrscheinlich ist Aber Baso würde Sakuri nicht witchen, glaube ich Kann es noch jemand gewesen sein, weil Jeff mit mir an Camps stand? Ich trage nur... Vielleicht kann man Licht aus, Sakuri Nee, weil ich sterbe vielleicht sonst Das ist, kann Bart rausnehmen, der steht hinter dem Stein rechts Yes Ziemlich offensichtlich Hinter dem Stein Ja, meine Pflanze guckt da raus Ich würde ja wahrscheinlich eher sterben Nee, ich will dich retten Du willst mich retten? Ja, dann warum nicht? Okay, also ich probier mal Witch of Jeff Du bist es! Oh, oh mein Gott! Das ist wirklich richtig, aber Du bist einfach gerettet Du bist ja... Warum sagst du denn dann, kann mal jemand... Du bist auch so oft Likes gesehen, ne? Kann man jemanden gessen? Ja, natürlich cool Ach ja Warum gäst du denn jemand? Ach so, ich bin Warte, stimmt Richtig, richtig strong Ja, jetzt bin ich halt trotzdem tot, aber egal Das ist die Frage Wer der evil Der evil guesser Sie können natürlich auch evil sein Und Jeff hat sie auch zu sehen erwischt Das wäre natürlich noch lustiger Das wäre maximale Lustigkeit Ich feiern Ratio Bart sind da Bart aus Versehen verkauft Dalu ist auch hier Oh, inzwischen Bist du nicht mehr Dalu gesehen Dass ich da rein bin? Zakuri ist gerade raus Stalu rein ist Oh Und Samesh Nellig steht hier Fake patasks Ganz normal, siehst ihn wir gestern, oder? Nee, Dalu. Nee, Dalu. Nee, 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 nee. Ich hab ganz genau gesehen, was du da fabrizieren wolltest, glaub ich. Okay, welches Schwein wendet die ganze Zeit zu mir und haut dann wieder ab? Will man so gucken, was du machst? Ich steh am Atmen-Table, ich steh immer zweiter, ich durchsuch alles. Das muss du nicht gewesen sein. Aber warum zur Hölle hat Jibu jetzt auf mich geschossen? Ja, ich mein, wir haben keinen Winch mehr und damit auch noch nie einen Warlock gehabt, dann kann es nur der Sheriff sein. Bruno, du hast gebetet. Aber Jibu ist mir auch schon die ganze Runde hinterher gelaufen. Das hat Bart gesehen, mit dem standen Jibu und ich nämlich 20 Sekunden lang am Stein. Ich versteh nicht, warum sie jetzt damit so lang gewartet hat, weil wir waren zusammen in Electrical. Ja, wir standen sogar eine Minute am Stein oder so. Naja, genau deswegen. Ich bin dann in Electrical irgendwann gegangen. Ich war am Wendt neben euch und hab das gesehen, ja. Also einer kam vielleicht wirklich mal aus dem Wendt rausgeguckt. Und im Baum hat Jibu dann auf einmal auf mich geschossen. Bart, bestätigen Sie die Geschichte, bitte. Also wie schon gesagt, wir standen eine Minute oder so am Stein am Anfang. Das ist safe. Danach haben wir ihn halt nicht mehr gesehen, weil die dann weggelaufen sind und ich am Stein stand. Also wenn jemand sich fast getraut hat. Ich bin ja fest gewachsen. Wer glaubt denn die Geschichte von Parzival? Sollen wir uns jetzt melden oder was sagen? Keine Ahnung, Handzeichen, Rolle wäre auch okay. Mensch, eine Rolle? Nee, Mensch. Wir haben ja kein Deputy, der das einfach auslösen kann. Dann war es der frechste und beste Imposter, den ich ja je gesehen habe, dass direkt da raus und wieder reingewendet wurde. Also gewendet wurde viel. Ja. Haben wir wirklich keinen Deputy? Kannst du auflösen ganz schnell? Okay, dann sag ich's jetzt. Ich bin immer noch Deputy. Ich bin Deputy. Ich bin immer noch Deputy, Parzival lügt. Okay. Oh nein! Ähm, ja. Also... Stimmt, ja, Blesk hat mich auch gehendkauft vorhin. Ja, jetzt mal sag... Oha! Je länger ich drüber nachdenke, desto weniger kann ich mir vorstellen, dass Jibu da geschossen haben soll. Weil warum nach anderthalb Minuten in der Runde komplett random im Baumraum? Vermutlich... Das war kein Scherz, ich bin wirklich Deputy. Ich hab's nicht gesehen. Weiß jemand, wie alt der Kill ist? Ich bin leid. Da hat kein Sheriff geschossen. Naja, dann ist es... Dann hat jemand da tatsächlich frech im Wend gekippt. Also aus dem Wend gekippt. Oder... Jibu war einfach bait. Franzi, warst du wirklich die Person, die da hin und her wendet? Ja. Ist das wirklich so? Ja. Ja. Oh, what? Okay, ihr Schweine. Franzi? Okay. Franzi? Franzi, du kannst nicht wenden, ne? Du bist Swapper. Kann das sein, Franzi? Scheiße, jetzt war der liebe Gesser, der weiß jetzt, dass Franzi Swapper ist. Parzival hat natürlich... Die Bully war wahrscheinlich Sheriff, gehe ich davon aus. Die wollte aber wahrscheinlich ursprünglich auf Bart schießen. Die müsste Stars of Bart gewesen sein. Die ist auch irgendwen anders. Der steht schon wieder da rum, ne? Da läuft ne Snitch in der Gegend rum. Aber jemand hat die Snitch relativ schnell aus dem Weg geräumt, glaube ich. Oh, was soll denn da? Sind die da unten reingelaufen? Ich hab ne Leiche gefunden. Cool, cool, cool. Und jetzt, und toll, jetzt bin ich mir nicht mal sicher welche, weil beide rot sind. Aber ich glaube, es war bar so. Eingang in Laboratory. Ja. Ist Terz nicht schon ewig tot? Nee. Nee. Wirklich nicht? Weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, wie lange wer tot ist. Wobei, ja doch, also Terz ist als erstes gestorben. Ich hab kurz an Lifeline das gesehen gehabt, ja. Tschüss Bart. Tschüss Bart. Ich war gar nicht Swapper, er hat sich vergessen. Nö. Nö. Vielleicht hat er sich auch an mir vergesst. Was hat denn Bart jetzt gemacht? Was hat Bart denn gemacht? Er sagt immer nur, er war festgewachsen. Das stimmt. Als... Und Gesser? Oder evil? Sag mal wo? Oben Laboreingang. Ja, dann hat Bart gekillt. Also direkt am Eingang der Tür links, ne? Äh, ja. Bart getötet heißt dann, war er entweder Evil Gesser oder Jackal. Also er hat auf jeden Fall gekillt dann. Also, weil wenn die Leiche da liegt, das ist glaube ich kurz vor Report sogar passiert. Ähm, dann ist die Leiche nicht so alt, richtig? Weiß ich nicht? Ja, ja. Franzi ist raus, die hat Licht gefixt. Nee, hab ich nicht. Hat Bart jetzt gerade da nur als Imposter geschlossen? Nein, er wird mich nicht gegessen haben. Ich glaube, er muss sich vergesst haben auf ein anderes. Er wird den Swap oder so gegessen haben. Ich verstehe, Sakuri, warum du noch lebst, wenn du hundertprozentig... Wenn du hundertprozentig Nice Gesser bist, das macht keinen Sinn. Ja. Aber du hast Jeff als Witch gegessen. Ja, hab ich. Ja, dann musst du ja Nice Gesser sein, aber dann... Ja. Dann muss Bart Evil Gesser gewesen sein. Ja, aber es traut sich keiner. Aber warum hat der Sakuri... Es ist ja hundertprozentig, dass du Nice Gesser bist. Aber warum Bart nicht? Ich weiß nicht, warum ich keiner rausgessen, aber ich freu mich. Das ist die Frage. Nee, ich glaube, Bart war Evil Gesser. Aber wahrscheinlich wollte Bart Sakuri auch nicht gessen. Ja. Das ist das einzige, was Sinn ergeben würde. Ja, das stimmt. Aber dann, warum hat Bart dann gerade gegessen? Das ist sowieso... Der stand die ganze Zeit im Schleim, was gässt der denn? Oder Bart war Jack Call? Nein, nein, nein. Ich halte es schon... Das denke ich nämlich auch, ja. Ich halte es schon aus dem Grund für Quatsch, dass Franzi sonst die Erste gewesen wäre, die gegessen worden wäre. Warum Franzi? Obwohl sie aber kein Swapper ist, weil sie gegessen... Also sie hat das Light gefixt, das kann der Swapper nicht. Ja, aber vielleicht dachte Bart, sie war es. Das ist aber ein guter Call. Der Swapper kann kein Light fixen? Der Mayor auch nicht? Doch, doch. Der Mayor kann. Es ist wirklich nur der Swapper, der es Light nicht fixen kann. Hä? Aber wer ist denn Swapper? Das ist eine gute Frage. Ja. Darlou und ich können es auf jeden Fall nicht sein. Ich auch nicht. Ich bin definitiv. Ich glaube nach wie vor, dass Darlou-Karte eben gestern ist. Aber dann darf ich ihn natürlich auch nicht umbrezeln so. Und killen ist jetzt natürlich auch gefährlich, weil wenn er herausfindet, wer Jackal ist, dann habe ich ein Problem. Aber ich weiß halt, dass Franzi und Parzi, die waren am Licht anscheinend. Und ich glaube, Linda ist unten gestorben. Also ich glaube, pass auf, es sind noch 1, 2, es sind noch zu viele Leute. Es sind noch 6 Leute. Ich muss Darlou töten lassen. Darlou ist Evil Guesser. Bin ich mir sehr sicher. Und wir tun einfach so, als ob kein Jackal mehr drin ist. Das ist ja easy. Oh. Okay, wir haben nur noch einen Jackal. Wir haben keine Poster mehr. Es wird nicht mehr sabotiert. Den Kill kann ich rausnehmen Sakuri, weil Sakuri mir unten links durch entgegenkam und da war die Person noch nicht tot. Mhm. Äh, der Kill muss aber relativ frisch sein. Gehe ich auch von aus, ja. Weil ich war nämlich gerade noch live, da war nichts. Ja, 6 Sekunden. Ähm. Hat der Jackal gerade den Bait getötet? Wir haben keinen Imposter mehr oder was, Darlou, sagst du? Ich sag, wir haben keinen Imposter mehr, wir haben nur noch den Jackal. Wie funktioniert das, wenn Bart als Jackal gegessen wurde? Was ist, wenn Bart Evil Guesser war? Passt, nein. Warum gibt es keine Sabotage mehr, Parzi? Weil die Imposter sind einfach nicht. Ich würde sogar tatsächlich, je mehr du das sagst, davon ausgehen, dass du der Evil Guesser bist. Nein. Es ist... Wie soll ich es dir erklären? Warum lebt Sakuri denn noch? Sakuri könnte potenziell auch selbst der Evil Guesser sein. Aber warum hätte Jeff sie dann jemals gewitcht? Ja, das habe ich mir auch gedacht in der Runde, dass Sakuri vielleicht Evil Guesser ist. Ähm. Aber das ist ja kompletter Quatsch, weil dann hätte Jeff als mit Imposter... Ja, das ist ja Bullshit. Nee, das ist Schwachsinn. Moment, das ist aber dasselbe, wie es bei dir war. Ja, ja, ja. Aber das hätte ich, glaube ich, in der Runde auch nicht gedacht. Ja, ja. Ich glaube, ich würde nicht nochmal davon ausgehen. Also, ich bin mir hundert Prozent nicht sicher, dass Bart von der Evil Guesser war. Und ich glaube, wir haben nur noch einen Jackal. Aber dann glaube ich, dass Parzi auch irgendwie daran im Stecken hat. Weil warum... Ja. Und dann hat Jaburi gesagt, ah, hinter dem Stein, da liegt die Leiche. Und in der nächsten Runde ist sie gestorben. Warum hat sie als Sheriff auf Parzi geschossen und nicht auf Bart? Hat sie auch nicht. Sie hat als Sheriff nicht auf mich geschossen, weil sie kein Sheriff war. Ich gebe euch das jetzt. Wahrscheinlich ist die Runde eh vorbei. Ähm. Also, die letzte Runde wird wahrscheinlich genau das gewesen sein. Die Leichen im Lab und an der Tür sind drei Sekunden nacheinander gestorben. Der Evil Guesser hat den Jackal, was Bart war, killen sehen. Dalu ist es für mich dann, der der Evil Guesser ist. Oh. Und damit können wir... Warte mal, Moment. Jetzt hat Dalu sich vergesst. Hä? Du bist ja wirklich Parzi. Nein, ich bin Medium. Wie kann ich die Infos sonst geben? Giburi war Detective. Dann soll ich Evil Guesser auf Parzi probieren? Machen wir Evil auf Parzi, ja. Ja? Ich weiß nicht, ich trau mich nicht. Hä? Sankuri, nein! 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 Sankuri, nein! Faso wurde zum Glücksbringer. Ah! So ein Fluch. We have played the last. Gut gemacht. Faso, ich hasse dich. Oh! Entschuldige Dalukeit! Warum denn da ist? Nein! Da muss ich aber sofort... Sankuri, du hattest nur zehn Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken. Das war ein bisschen... Sankuri war kein Nice Gesser mehr, weil ich ihre Rolle weggeschiftet habe. Ja, das habe ich gesehen. Und das war so gut. Das war so gut. Actually, habe ich dich weggeschiftet, weil ich dachte, du wirst sowieso in der nächsten Runde bisschen gegessen. Ja, genau. Und dann hat Dalu sich die ganze Zeit Zeit gelassen. Ja, weil ich wollte Sakuri wirklich die Runde nicht gessen, weil sie so oft als erstes tot war. Ach so, okay. Und ich habe wirklich dann mitgespielt, dass sie mich irgendwann einfach gässt. Ja, okay. Ich hätte es dann einfach irgendwann hingehnt. Ich habe gar nicht mehr gegessen. Ich habe gedacht, dass du Sakuri auch noch weggessen hättest können. Ich dachte mir, du gässt jetzt alle außer mich und dann rachst du eher, dass ich Dschakal bin und dann bin ich auch... Und dann hast du dich bei mir vergesst gerade? Ich wollte Sakuri eigentlich drin lassen, aber als Parsi halt gesagt hatte, was ich halt wirklich bin, dachte ich dann, dann ist eh vorbei. So, dann habe ich es versucht. Dalu, hast du, du hast Terse nun weggemacht, oder? Weiß ich nicht. Nee, Bart war das. Ich habe Bart gegenseit. Ja, Bart hat... So smart. Als wir in das Meeting reingegangen sind, habe ich gesagt, Dalu ist Impostor, weil ich wusste ab dem Moment, dass du Impostor bist. Aber alle so, ja Bart hat sich bestimmt vergesst, also... Da hat ja keiner geglaubt. Ich habe das nur gesagt, weil ich nicht auffallen wollte. Das ist für Karl so. Ja, ist gut. Das ist gut. Das ist gut.